Ich hab noch immer nicht verstanden, wie der Joker funktioniert. Das ist ne Javeling quasi. Du markierst was, schießt das Ding in die Luft, da fliegt einer, schau. Aber jetzt so... ALO WAFFA! ALO WAFFA! Was jetzt ist das Ding in der Mitte? Wie ist das Ding? Alter, die Gart!